Make America Great Again Den Wahlkampfslogan von Donald Trump gibt es mittlerweile in zig Verballhornungen. Dabei ist der Slogan weit mehr als ein geschickter PR-Spruch, sondern er spiegelt einen weit verbreiteten, reaktionären Zeitgeist. Das zumindest sagt Marc Lilla, den ich ganz herzlich im Studio in Berlin begrüsse. Er ist Professor für Ideengeschichte an der Columbia Universität in New York und schreibt neben seinen Büchern unter anderem für die New York Times, für Le Monde und für die NZZ. Seine Kritik an der Identitätspolitik der Demokraten, die er nach der Wahl von Donald Trump erhob, sorgte auch bei uns für hitzige Debatten. Herzlich willkommen, Herr Lilla. Es freut mich, hier zu sein. Herr Lilla, Sie sagen, es weht ein reaktionärer Geist. Ich nehme an, das sind keine guten Nachrichten. Nein, das sind sehr schlechte Nachrichten. Denn die Grundidee des Reaktionismus ist, dass es einen Bruch in der Geschichte gegeben hat, und Reaktionäre wollen, um alles in der Welt in die Zeit davor zurückkehren. Während Revolutionäre zu stark auf die Zukunft fokussieren, sind Reaktionäre zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Zurzeit setzt sich also niemand wirklich vertieft mit unserer Gegenwart auseinander, mit den Schwierigkeiten unseres heutigen Lebens und unseren politischen Problemen, insbesondere mit jenen einer globalisierten Wirtschaft. Da sehe ich eine Art Flucht vor der intellektuellen Verantwortung. Ich möchte gerne besser verstehen, was dieser Reaktionäre Zeitgeist denn ist. Sie sagen, es gibt verschiedene Beispiele im Moment für reaktionäre Ideen. Wir finden die z.B. beim Front National, aber auch beim Islamischen Staat. Das sind ja sehr unterschiedliche, sagen wir mal, Denkrichtungen erst mal. Was verbindet denn reaktionäre Denkstile? Sie haben dieselbe Auffassung von Geschichte. Zuerst einmal denken Sie von der Geschichte her über Politik nach, nicht ausgehend vom Menschen an sich. Und in Ihrer Sicht der Geschichte gab es eine Periode, in der sich die Dinge auf eine gesunde Weise entwickelten, bis es zu einem Bruch kam, einem Moment, in dem alles auseinanderbrach. Und alles, was danach passierte, war die Folge dieses Bruchs. Für den Front National begannen die Probleme, so wie Sie die Geschichte jetzt deuten, mit der Immigration. Die Immigration und die kulturelle Revolution in den 1960er-Jahren führten zu Kriminalität, Problemen an den Schulen und vielem mehr. Dieser Bruch führte also zu all diesen Problemen, die uns zwingen, zurückzublicken auf die Welt, wie sie vor diesem Bruch war. Für den islamischen Staat sind die Dinge ähnlich. Anders als seriöse Islamwissenschaftler denken Islamisten, dass im 19. Jahrhundert eine durchgehende islamische Tradition durch die Modernisierung und den Kolonialismus zerstört wurde. Die Aufklärung weckte zudem in den Ländern das Bedürfnis, sich zu entwickeln, und die modernen Wissenschaften etablierten sich. Alle heutigen Probleme in muslimischen Gesellschaften gehen für die Islamisten darauf zurück, dass man von der Scharia abrückte und westliche Einflüsse zulies. Jetzt sagen Sie eigentlich schon sehr klar, es geht darum, dass man nicht eine Entwicklung der Geschichte sieht, sondern dass es um diesen Bruch geht. Im Moment ist gerade Ihr Buch neu auf dem Markt, der Glanz der Vergangenheit. Da geht es um diesen reaktionären Zeitgeist, erschienen im NZZ Verlag. Und da sagen Sie auch, oft täuschen wir uns darüber, was der Reaktionäre eigentlich ist. Wir meinen nämlich, das sei die cholerische Variante des Konservativen. Aber das habe gar nichts zu tun mit Konservativsein. Das müssen Sie mir erklären. Ich denke, man muss sich zwei gegensätzliche Paare vor Augen halten. Nehmen wir die Konservativen und jene, die wir in den USA Liberale nennen, die in etwa den hiesigen Sozialdemokraten entsprechen. Was Konservative und Liberale trennt, sind verschiedene Ansichten über die menschliche Natur und die Beziehung der Individuen zur Gesellschaft. Konservative sehen die Gesellschaft als etwas, das sich kontinuierlich über die Zeit hinweg entwickelt. Für sie sind wir Individuen viel eher Produkte unserer Gesellschaft, nicht unabhängige Einzelpersonen. Gesunde soziale Veränderungen sind die Folge davon, dass wir diesen Individuen Traditionen vermitteln. Und wenn es zu Veränderungen kommt, ereignen sich diese kontinuierlich und langsam. Liberale setzen beim Individuum an und sehen dieses zuerst einmal als Träger von Rechten. Die Gesellschaft ist für sie das Produkt eines Vertrags zwischen Personen, die aus diesem Grund zusammengekommen sind. Keine der beiden Positionen implizieren irgendeine historische Katastrophe, einen Bruch. Es sind einfach unterschiedliche Ansichten darüber, was uns als Menschen individuell und kollektiv ausmacht. Die revolutionäre und die reaktionäre Haltung, das zweite gegensätzliche Paar, entwickelten sich beide im 19. Jahrhundert. Was sie verbindet ist, wie gesagt, dass es in ihrer Interpretation der Geschichte einen Bruch gegeben hat oder dass es zu einem Bruch kommen wird. Der Revolutionär glaubt, dass gewisse politische Aktivitäten einen Bruch herbeiführen werden und danach alles gut sein wird. Sollte die Revolution bereits erfolgt sein, muss sie weitergeführt werden. Und das gilt auch diejenigen zu überzeugen, die bisher nicht mitmachten. Und genau da kommt ja dieser Wahlspruch von Donald Trump rein, make America great again. Also es war mal gross und jetzt geht es darum, sozusagen endlich das Rad rumzureissen, also nicht etwas zu bewahren, was konservativ wäre, sondern eben reaktionär zurückzugehen. Mir fiel dann ein, dass ja eigentlich dieser Wahlspruch gar nicht neu ist. Er ist von Reagan. Genau. Let's make America great again, bei Reagan, also 1980. Warum hat er diesen Wahlspruch wiedergenommen? Er sagt ja, er hätte ihn gar nicht wiedergenommen, er hätte ihn erfunden. Aber das scheint doch ein bisschen an den Haaren. Es ist interessant, dass Sie das einbringen. Ausserhalb der USA ist das kaum bekannt. Ich denke, die beiden wollten damit nicht das Gleiche sagen. Regans Botschaft war hoffnungsvoll. US-Amerikaner sind süchtig nach Hoffnungen. Sie brauchen eine hoffnungsvolle Vision ihrer Zukunft. Ich glaube, Reagan meinte nicht, wir sollten in frühere Zeiten zurückkehren, sondern vielmehr, dass wir wieder so gross sein werden wie früher, wenn wir alles richtig machen. Um das zu erreichen, müssen wir nicht das Rad der Geschichte zurückdrehen. Bei Trump ist es dagegen die Idee einer Rückkehr. Er will den Schaden beheben, der offenbar angerichtet worden ist. Gemäss reaktionärem Gedankengut hat es nicht einfach nur einen Bruch gegeben. Es braucht zudem eine Apokalypse, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Heidegger sagte, nur ein Gott kann uns nun noch retten. Reaktionäre glauben, dass uns nur eine Apokalypse retten kann. Und wenn man mit Trump-Anhängern spricht, auch mit Intelligenten und Gebildeten, sagen sie oft übereinstimmend, wir haben Trump gewählt, weil wir die Dinge zertrümmern wollten. Aus dieser Reaktion spricht eine apokalyptische Haltung. Was irgendwie auch zeigt, dass die Enttäuschung so gross ist. Und mir fiel da noch ein anderes Buch ein, als ich Ihr Buch gelesen habe, nämlich Sigmund Baumann, der grosse Soziologe, der leider ja verstorben ist. Sein letztes Buch hieß ja Retropia. Und es ist eine Idee, eigentlich Thomas Morus' Idee von Utopia, 500 Jahre später ins Gegenteil zu verkehren und zu sagen, na ja, der hatte noch diese Idee, wir können irgendwann die Utopie, wir können das goldene Zeitalter noch einmal wiedererlangen, währenddessen heute eigentlich wirklich diese politische Nostalgie ganz gross ist. Alles muss zusammenbrechen, alles ist am Ende. Und er sagt ganz deutlich, die Leute sind einfach enttäuscht. Der Nationalstaat hat nicht diese Sicherheit und diesen Wohlstand gebracht, den man ihnen versprochen hat. Und genau so war doch ein Stück weit auch die Analyse jetzt, nach der Wahl von Donald Trump. Ja, genau. Doch interessant an der Enttäuschung, von der Sie eben gesprochen haben, ist, revolutionäre Hoffnungen können immer enttäuscht werden, denn man hofft, dass sich durch eine Revolution Dinge verändern. Nostalgie hingegen ist unwiderlegbar, denn man kann argumentieren, der Grund, warum die Dinge nicht funktionieren, ist nicht die fehlende Revolution, sondern, dass wir nicht genug weit zurückgegangen sind. Die Menschen haben ein Bild der Vergangenheit, weil sie sich bereits ereignet hat. Wie sich der Revolutionär die Zukunft vorstellt, ist jedoch eine Fantasie. Daher ist es viel einfacher, den Leuten politische Nostalgie anstatt zukünftige Utopien zu verkaufen. Sie haben wohin verglichen, was eigentlich der Islamische Staat und Front National vielleicht gemeinsam haben könnten? Sie legen auch eine sehr interessante Deutung vor der Terroranschläge in Paris von 2015, wo Sie eigentlich sagen, auch da sieht man in der Art und Weise, wie nachher gesprochen wurde und was die Motive auch waren, mit diesem Ereignis nachher umzugehen und es auch politisch zu instrumentalisieren, wie mit eben politischer Nostalgie umgegangen wird. Die einen denken nämlich, sie hätten so etwas verloren wie den Gottesstaat, die muslimische wunderbare Übermacht, und die anderen denken, wir sehen jetzt wirklich, dass Frankreich am Ende ist. Frankreich hat eigentlich alles verloren, was es jemal war. Ja, ich lebte dort, als es passierte, und beobachtete, wie sich beides nacheinander entwickelte. Seltsamerweise hat ein Buch die grösste Wirkung, welches diese französische Nostalgie in Worte fasste und anheizte, La Soumission von Houellebecq. Es wurde am Tag des Anschlags auf Charlie Hebdo publiziert. Von da an entwickelten sich beide Phänomene parallel. Je besser wir die Motive der Attentäter verstanden, die sehr nostalgisch und kaum gebildet waren, desto mehr Zustimmung bekam die reaktionäre Rechte, die zu erklären versuchte, wie so etwas in Frankreich passieren konnte. Für mich war diese parallele Entwicklung faszinierend. Ja, das verstehe ich sehr gut. Vielleicht, wenn wir noch einmal zurückgehen zu dieser Idee, dass es diese Brüche nicht geben kann oder dass die Sehnsucht nach dem Bruch, nach der Apokalypse, Sie sagen, fehlgeleitet ist. Das bringt uns als Politik nicht voran. Da fiel mir dann doch der Fall der Mauer ein. War das nicht ein Bruch in der Geschichte, wo wir sagen müssen, das war doch eigentlich ein positiver Bruch? Also gibt es nicht Brüche, von denen wir sagen müssen, die sind jetzt nicht unbedingt negativ zu bewerten? Sicher. Es ist immer einfach, Erwartungen zu schüren. Nicht nur in der Politik, auch im persönlichen Leben. Wir heiraten und erleben Enttäuschungen. Wir bekommen Kinder und erleben Enttäuschungen. Aber es passiert noch etwas anderes, wenn man die Geschichte so sieht. Denn das Drama scheint nicht nur dramatischer, man hat auch keine Werkzeuge, um es zu beeinflussen. Wenn eine Ehe nicht ideal verläuft, geht man zu einem Therapeuten oder arbeitet an der Beziehung. Aber was kann man unternehmen, wenn man im 21. Jahrhundert lebt und von diesem Bruch in der islamischen Geschichte erfährt, der Jahrhunderte zurückliegt? Da kann man praktisch nichts machen. Daher kommen einem radikale Mittel in den Sinn. Man ist vielleicht sogar bereit, diese auch anzuwenden. Wenn sich dadurch nichts ändert, gerät man in einen Teufelskreis von Enttäuschung und Radikalisierung, wie wir es momentan im Islamismus beobachten. Wenn wir die Politik in den USA im Moment analysieren, dann kommt man sozusagen auch bei uns nicht an Ihnen vorbei. Und nämlich an einem bestimmten Text, der auch bei uns sehr, sehr viel zu reden gab, nämlich ein Gastkommentar in der New York Times, wo Sie gesagt haben, eigentlich sind die US-Demokraten dafür verantwortlich zu machen, dass Trump gewonnen hat. Und zwar deswegen, weil Sie es zu weit getrieben haben mit der sogenannten Identitätspolitik. Also mit dem Schutz und der Beförderung quasi von Minderheitenrechten. Das hat Ihnen ziemlich viel Ärger eingebracht, oder? Ja, ich wurde im Internet zum Bösewicht abgestempelt. Verstehen Sie das? Ich wollte die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Schuld am Missverständnis war unter anderem, dass der Untertitel lautet – darum hat Hillary Clinton die Wahl verloren, was ich im Artikel nicht geschrieben hatte. Aber die Identitätspolitik ist teilweise verantwortlich für 30 Jahre Politik der Demokraten, die nicht auf die Nation und unsere gemeinsamen Projekte fokussierte, um z.B. den Reaganismus zu bekämpfen, sondern auf die Forderungen, Sorgen und Empfindlichkeiten spezieller Bevölkerungsgruppen. Deren Empfindlichkeiten und Sorgen sind real. Aber da die Demokraten auf kleine Gruppen anstatt auf die Nation als Ganze fokussierten und die Nation nicht als Schicksalsgemeinschaft verstanden, verloren sie die Wichtigkeit institutioneller Politik in den USA aus den Augen zugunsten einer Politik sozialer Bewegungen. Es ist nicht so, dass die Amerikaner Trump wählten, weil man von Identitätspolitik sprach. Aber durch die Fokussierung auf die Identitätspolitik setzten sich die Demokraten und die Liberalen vor allem mit verschiedenen Gruppen und ihren einander konkurrenzierenden Forderungen auseinander und verloren so die visionäre Politik für alle aus den Augen. Eigentlich könnte man sagen, der Vorwurf lautet, Sie haben keine Politik mehr gemacht für eine Gemeinschaft, sondern so eine Art Klientelpolitik. Ja. Und nicht nur waren es kleine Klientelen mit politischen Forderungen. Wie ich in meinem Buch zu beschreiben versuchte, gab es eine entscheidende Veränderung. Die Identitätspolitik, die sich als institutionelle Politik dieser einzelnen Gruppen verstand, entwickelte sich zu einer Politik, bei der es um die Identität von Individuen ging. Sie wurde zur Politik der Bedeutung. Da geht es um mich, um meine Identität, darum, wie ich mich definiere. Ich will von der Gesellschaft anerkannt werden und ich engagiere mich nur in der Politik, wenn es um Dinge geht, die mich als Individuum auch betreffen. Dadurch wird es sehr schwierig, Leute für ein Engagement in einem gemeinsamen Projekt zu begeistern. Sie sagen ja auch, das ist eine Politik des Narzissmus und erwähnen immer wieder, wie wichtig Ihnen eigentlich der Ausspruch ist. Ich glaube, das ist in der Antrittsrede von John F. Kennedy, als er gesagt hat, wir müssen wieder darüber nachdenken, nicht nur, was kann der Staat mir geben, sondern was kann ich dem Staat geben. Das heisst, irgendetwas stört Sie daran, dass die Leute irgendwie primär mit sich beschäftigt sind? Ja, dazu gehört auch, dass es in unserem Land kein Wir mehr gibt, nur noch verschiedene Gruppierungen. Und wenn wir von Wir sprechen, ist das nur eine verdeckte Art, um auszudrücken, was weisse Leute sagen. In amerikanischen Universitäten wird das Wort Wir nur ironisch gebraucht, als ob so etwas gar nicht existieren würde. Das heisst, wenn Menschen ausserhalb von liberalen Kreisen leiden und hoffen, dass sich die Nation zusammenrauft, um ihnen zu helfen, bieten ihnen nur die Republikaner eine Vision, eine schreckliche Vision. Reagans Vision hielt nicht, was sie versprach, aber zumindest hatte er eine Vision des Landes, welche die Menschen inspirierte. Doch Demokraten kritisieren die Weissen wegen dem, was sie den Schwarzen angetan haben, und so weiter. Das sind wichtige Themen für die Bildung, für Filme, für die Zivilgesellschaft, mit denen wir Rechenschaft über unsere Vergangenheit ablegen. Aber Politik ist Politik. Man muss Andersdenkende überzeugen, sich für ein gemeinsames Projekt zu engagieren. Der Narzissmus ist unglaublich tief verankert, vor allem bei den Jungen. Sie sind unfähig, Menschen in den konservativen Gebieten Amerikas zu erreichen, und obendrein haben sie nur Verachtung für diese übrig. So kann man die Politik nicht stärken. Ich möchte über alle diese Dinge mit Ihnen sprechen. Sie haben diesen Artikel ja auch ausgebaut zu einem Buch, The Once and Future Liberal, wo Sie diese These noch einmal aufnehmen und vertiefen. Bevor wir noch einmal tiefer da einsteigen, möchte ich jemandem zu Wort kommen lassen, der das anders sieht und der sagt, Moment mal, Identitätspolitik ist enorm wichtig für uns. Und zwar ist das Andrew Solomon, ein Journalist und Psychologe, der in einem TED-Talk über dieses Thema gesprochen hat. Es brauchte Identität, um mich aus der Traurigkeit zu retten. Die Schwulenbewegung postuliert eine Welt, in der meine Abnormität ein Sieg ist. Identitätspolitik bewirkt immer zweierlei. Menschen stolz zu machen, die ein angeborenes oder charakteristisches Leiden haben. Und sie bringt die anderen dazu, mit den Leuten netter umzugehen. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, aber der Fortschritt in einem heilt im anderen nach. Identitätspolitik kann narzisstisch sein. Die Leute feiern einen Unterschied nur um seines Selbstwillen. Sie reduzieren die Welt und funktionieren in separaten Gruppen, ohne Empathie füreinander. Aber richtig verstanden und richtig angewandt, sollte Identitätspolitik unsere Vorstellung davon, was menschlich ist, erweitern. Andrew Solomon sagt hier sehr deutlich, dass Identitätspolitik sehr viel mit Menschlichkeit zu tun hat. Was entgegnen Sie? Das habe ich noch nie gesehen. Es sieht fast wie eine Antwort auf mein Buch aus. Sehr interessant. Lassen Sie es mich so erklären. In den USA finden zwei Revolutionen gleichzeitig statt. Einerseits die politische Revolution, die von rechts und unten kommt und populistisch ist. Gleichzeitig ist eine kulturelle Revolution im Gang. Dabei geht es um all die Dinge, die Andrew Solomon vorhin angesprochen hat, nämlich, dass Menschen Anerkennung und Akzeptanz in der Gesellschaft brauchen. Die Veränderungen allein während meiner Lebenszeit sind aussergewöhnlich. Vor 10 oder 15 Jahren nahm niemand gleichgeschlechtliche Ehen ernst. Das ist eine gewaltige Veränderung in der Gesellschaft, weltweit. Solche Errungenschaften sind gut. Aber diese Revolution wird von kulturellen Eliten geführt. Sie kommt nicht von unten. Und sie ist nicht demokratisch, denn niemand kann darüber abstimmen. Aber Hollywood, die Presse, die Bildungsinstitutionen sind sich einig, dass diese neuen Werte verbreitet werden müssen. Das ist gut. Das Problem ist, wenn alle Energie in diese kulturelle Revolution gesteckt wird, kümmert man sich nicht mehr um reale, konkrete Macht. Wenn Sie ausserdem nur über solche kulturellen Dinge sprechen und darüber, dass diese Menschen ausgegrenzt werden, bekommt die Öffentlichkeit von ihrer Partei oder politischen Gruppierung den Eindruck, sie würden sich nur um diese Leute und nicht um die ganze Nation und um Menschen kümmern, die nicht zu diesen Gruppierungen gehören. Man muss also eine tragische Entscheidung treffen bezüglich Energie und Rhetorik. Sie sagen an einer Stelle auch etwas, was wahrscheinlich wirklich viele ärgert, nämlich, das ist alles richtig, sich um diese Belange zu kümmern, zum Beispiel auch Toiletten für das dritte Geschlecht. Das ist alles wichtig, aber es sollte nicht die Priorität haben, die es im Moment hat. Das tut natürlich weh und es stellt sich die Frage, Sie sagen, vielleicht kann ich das auch noch erwähnen, weil mich das auch sehr beeindruckt hat, Sie sagen, es gibt in West Virginia Situationen, wo wir sehen müssen, jeder Zweite hat keine Arbeit und jeder Vierte ist abhängig von Opiaten. Und das sind doch auch die Probleme und stattdessen sprechen wir nur über die Toiletten für das dritte Geschlecht. Gebe ich sie so korrekt wieder und muss man sich denn entscheiden für die beiden Sorgen? Ich denke, das stimmt und man muss sich entscheiden. Aber noch wichtiger, wenn mir Leute, die sich in der Identitätspolitik engagieren, diese Frage stellen, muss ich sie von folgendem überzeugen. Wenn Sie die institutionelle Politik ausser Acht lassen, können Sie diese Gruppen in unseren Bundesstaaten gar nicht schützen. Denn im föderalen System der USA sind viele Dinge in Staatsgesetzen geregelt. Lebt man in einem republikanischen Staat, in dem es nicht gesetzlich festgelegt ist, dass Transgender-Personen ihre eigene Toilette haben, kann das in Washington niemand ändern. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Im Staat Iowa beschloss der Gesetzgeber vor ein paar Wochen, die Abtreibung ab dem Moment zu verbieten, ab dem der Herzschlag des Fötus gehört werden kann. Das ist etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche, also bevor die meisten Frauen merken, dass sie schwanger sind. Der Staat wendet sich gegen das in der Verfassung unseres Landes verankerte Recht auf Abtreibung. Dieses Gesetz könnten Hillary Clinton und der Kongress nicht ändern. Man kann es nur ändern, wenn man nach Iowa geht, wenn dort Wahlen anstehen und Bürger zu überzeugen versucht. Mehr als 80 Prozent der Einwohner sind weiss und fast 80 Prozent evangelikal. Man muss also einen Weg finden, um diese Leute zu erreichen, damit man die eigenen Leute, die in diesem Staat leben, schützen kann. Das ist der Punkt. Es ist ein Stück weit auch die gespaltene Gesellschaft, von der man immer wieder gehört hat, dass man eben nicht nur über die sozusagen unterdrückten Minoritäten sprechen sollte, sondern über diese vielen, vielen Leute, die einfach anders denken, aber sozusagen eigentlich zur Mehrheit gehören ein Stück weit. Ja. Damit möchte ich nicht sagen, was zu viele Leute denken, nämlich man solle die Aufmerksamkeit von einer Gruppe auf eine andere lenken. Ich finde, die Demokraten sollten sich auf gar keine Gruppe konzentrieren, sondern vielmehr ihre Vision des Landes präsentieren und darlegen, nach welchen Prinzipien sie es aufbauen wollen. Während der Reagan-Jahre, damit meine ich die Zeit von 1980 bis Donald Trump, lautete das Motto, je weniger Regierung, desto besser. Dann geht es der Wirtschaft und somit allen besser. Wir gehören alle zu unseren Familien und unserer Kirche, aber es gibt nicht so etwas wie Staatsbürgertum, das irgendeine Bedeutung hätte. Dieser Vision stellten die Demokraten nichts entgegen und jetzt müssen sie klarmachen, was für ein Land sie aufbauen wollen, damit sich die Angehörigen dieser Gruppen in ihren Prinzipien wiedererkennen und sagen können, das bin ich. Sie sind im Moment sehr viel unterwegs mit Ihrem Buch und mit dieser These. Sie kommen von Amsterdam, gehen danach jetzt von Berlin aus nach Paris, später nach Rom. Haben Sie den Eindruck, dass das Interesse an Ihrem Buch und an dieser These damit zu tun hat, dass wir in erster Linie verstehen möchten, was in den USA passiert? Oder sehen Sie Parallelen? Begegnen Ihnen ähnliche Phänomene in Europa? Das ist sehr interessant. Es ist das erste Buch, das ich über die USA geschrieben habe und ich hätte nicht erwartet, dass es übersetzt würde. Doch es wurde weltweit, nicht nur in Europa, auch in Lateinamerika und Asien übersetzt und es wird bald in China und Korea publiziert. Und wie ich entdecke, sind die Leute nicht am Buch interessiert, weil sie etwas über die USA erfahren wollen, sondern weil sich heutzutage so viele Menschen ängstlich mit der Frage nach der Identität befassen. Wer sind wir? Was bedeutet das Wort wir? Wenn man auf Deutsch sagt, wir schaffen das, wer ist wir? Angesichts der Globalisierung und der Massenbewegungen im Internet wissen die Menschen nicht mehr, was es heisst, einer Gesellschaft anzugehören. Es fehlt ihnen ein Ort. Das zeigt sich in den Ländern auf unterschiedliche Weise. In Frankreich ist man zum Beispiel sehr besorgt wegen der muslimischen Bevölkerung im Land, nicht einmal so sehr wegen der Immigranten. In Spanien ist man nicht in Sorge wegen dem Islam oder den Immigranten, sondern wegen Katalonien. In jedem Land mache ich also andere Entdeckungen. Ich bilde mich weiter und sehe, wie sich diese Identitätsängste an unterschiedlichen Orten unterschiedlich auswirken, zum Beispiel auch in Brasilien, einem multiethnischen Land. Die Frage ist ja auch, warum kommt diese Frage nachdem wir jetzt so sehr auf in so vielen Gesellschaften und ob das nicht etwas damit zu tun hat, dass die Globalisierung uns mehr und mehr eben anspricht als globale Bürger, was sie aber irgendwie auch nie so richtig sein können, weil wir uns doch als lokal verhaftet empfinden. Das stimmt. Wir können nicht auf diese Weise der Welt angehören. Die Geschichte der modernen Demokratie ist mit dem Nationalstaat verbunden. Wir haben keine Beispiele von Demokratien, die keine Nationalstaaten sind. Warum ist das so? Ein Nationalstaat ist gross genug, um vielen Menschen eine Heimat zu bieten, aber so klein, dass sich die Bewohner mit ihm und der Regierung identifizieren können. Und sie wissen, sie können an der Urne bewirken, dass eine andere Partei an die Macht kommt. Europa tut momentan zwei Dinge gleichzeitig, welche die Nationalstaaten auseinanderreissen. Einerseits die Konstruktion Europas von oben herab, andererseits die ungenügende Kontrolle der illegalen Einwanderung. In allen europäischen Ländern fragen sich die Bürger, was müssen wir unternehmen, um diesbezüglich gehört zu werden? In Deutschland wird ein Gesetz verabschiedet, das von der EU nicht anerkannt wird. Sie wollen ihre Grenzen kontrollieren und die EU hindert sie daran. Ich finde, deshalb müssen wir uns wieder auf den Nationalstaat konzentrieren, was aber sehr wohl ohne Nationalismus möglich ist. Man kann auf den vorhandenen Prinzipien und dem bereits existierenden sozialen Kapital aufbauen. Damit stellen Sie sich natürlich sozusagen eine ganz andere Denklinie wie viele andere, die sagen, wir sollten den Nationalstaat abschaffen, wir sollten über noch offenere Grenzen sprechen. Aber das sind wahrscheinlich im Moment wirklich die beiden Pole, zwischen denen sich das ganze Denken im Moment ansiedelt. Nun, es ist interessant und wichtig, dass zum Beispiel Deutschland heute Verantwortung für seine Vergangenheit übernimmt. Das ist aber nur möglich, wenn sich die Bewohner als Deutsche definieren können, wenn sie eine deutsche Identität haben. Wenn man die deutsche Identität abschaffen und alle Deutschen Europabürger werden sollen, warum sollten sich diese Menschen dann für die Erfahrungen Deutschlands verantwortlich fühlen? Identität ist wichtig, damit die Leute Verantwortung übernehmen für ihre Geschichte. Und diese Dinge stehen nicht im Gegensatz zueinander. Dieses Wir, wie wir ein Wir bauen, das ist Ihre Grundfrage. Und Sie sagen auch, kein Gemeinwesen, kein Staat kann funktionieren ohne diese Idee eines Wirs. Und Sie sagen, dass die Identitätspolitik eigentlich für Sie ein Sinnbild hat, nämlich das Prisma. Da bricht das Licht ein, es zerfällt sozusagen in den Regenbogen. Was ein sehr, sehr schönes Bild ist, aber Sie sagen, es betont eigentlich immer das Prisma, die Diversität, die unterschiedlichen Farben. Wir sind alle unterschiedliche Farben. Stattdessen sagen Sie, vergesst das Prisma oder nehmt es nur sekundär. In erster Linie brauchen wir wieder den Handschlag. Und meine Frage war dann, was könnten wir als Gegenstand nehmen? Was könnte stehen für den Handschlag? Und ich habe etwas mitgebracht und würde Sie gerne fragen, würde das hier passen? Die Verfassung der amerikanischen Staaten, wäre das der Handschlag? Das ist ein Anfang. Und es gibt natürlich eine deutsche Idee dazu, so sprach Jürgen Habermas von Verfassungspatriotismus. Ich weiss es nicht, aber ich vermute, dass Habermas nicht auf Grenzen fokussieren würde, denn man kann Verfassungspatriotismus im verpflichtenden Sinne nur pflegen, wenn man sagt, wir sind wir. Es gibt Menschen, die nicht wir sind, und mit denen wollen wir sehr gute Beziehungen pflegen. Aber um uns verantwortlich zu fühlen und uns um andere zu kümmern, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht die anderen, sondern eben wir sind. Je mehr Immigranten in gewisse europäische Länder strömen, desto geringer ist dort die Unterstützung des Wohlfahrtsstaates. Denn Menschen mit anderen Ansichten gelangen ins Land und es kommt zu Rassismus. Wir brauchen Vertrauen, soziales Vertrauen. Dafür braucht es mehr als nur den Verweis auf ein Dokument. Wir müssen dieses Wir durch einen Ort definieren und durch die Ideale, die wir im Land schaffen und umzusetzen versuchen. Und wie genau schaffen wir das? Weil die Identitätspolitik hatte ja schon ein Stück weit auch dieses Ziel, nämlich den Menschen das Gefühl zu geben, gehört zu sein. Also wenn man sich anschaut, wie gross der Rassismus in den USA zum Beispiel ist, ist ja völlig klar, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ihr könnt noch lange davon sprechen, dass wir Amerika sind. Wir sind dauernd ausgeschlossen. Wir sind dauernd nicht mit gemeint. Und mir fiel da auch noch Taneishi Coates ein, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel The First White President, natürlich an Trumps Adresse gerichtet. Und er hat ganz klar gesagt, naja, das war nicht das Problem der Identitätspolitik oder nicht das Resultat der Identitätspolitik, sondern das Stichwort ist White Supremacy, also weisse Vorherrschaft. Das ist das, was die Leute wollten. Die Leute wollten eigentlich Rassismus pur von einem Präsidenten verkörpert. Wie gehen wir denn damit um? Wie bauen wir ein Wir, wenn eine so grosse Gruppe von Menschen sich dermassen schlecht behandelt führt und tatsächlich ja auch oft mit gutem Grund? Als erstes möchte ich betonen, dass ich Taneishi Coates Ansicht über unser Land und über die weissen Mitbürger keineswegs teile. Ehrlich gesagt müsste er mehr weisse US-Bürger kennenlernen. Aber grundsätzlich haben sie recht. Ich sage Ihnen, wie es funktionieren könnte. Stellen Sie sich einen schwarzen Autofahrer vor, der ständig von der Polizei angehalten wird. In den USA nennen wir das analog zur Trunkenheit am Steuer Schwarzsein am Steuer. Er ist wütend, weil die Polizei ihn anders behandelt als weisse. Dann stellen Sie sich einen Mann vor, der in einer Stadt lebt, in der es früher eine Fabrik gab. Er hat seinen Job dort verloren. Er und seine Frau arbeiten Teilzeit und können sich die Krankenversicherung für ihre Kinder nicht mehr leisten. Dieser Mann ist auch wütend. Wie bringen wir diese beiden Männer zusammen? Es geht nicht darum, dass sie gegenseitig ihre Ansprüche anerkennen. Sie müssen vielmehr überzeugt werden, dass es eine politische Partei gibt mit einer Vision des Landes, die auf gewissen Werten basiert. Wenn diese Werte und Prinzipien umgesetzt werden, hilft das beiden unabhängig voneinander. Angenommen, unsere grundlegenden Prinzipien sind Solidarität und Rechtsschutz. Dann können wir dem schwarzen Autofahrer sagen, sie werden laut Gesetz ungerecht behandelt und das werden wir ändern. Und dem entlassenen Fabrikarbeiter können wir sagen, wir lassen sie nicht im Stich. In unserem Land gibt es Solidarität. Wir werden ihnen und ihrer Familie helfen. Das genügt. Je mehr wir auf unsere Unterschiede fokussieren, desto schwieriger wird es, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken, nämlich auf die Vision des Landes, das wir zusammen aufbauen wollen. Ich finde das wahnsinnig interessant, was Sie sagen, weil ich den Eindruck habe, ich spüre so sehr, dass Sie unglaublich vertrauen auf, sagen wir, die Verfassung, auf den Rechtsstaat. Sie glauben, dass man damit die Menschen schützen kann und auch ein Wir bauen. Aber vorhin haben Sie dieses Beispiel von Iowa mit der Abtreibungsdebatte gebracht und haben mir eigentlich gesagt, wir haben die Verfassung, die sagt, Abtreibung ist legal innerhalb einer gewissen Frist. Und wen sie eigentlich überzeugen müssen, sind die Evangelikalen. Also das zeigt doch, dass die Gesellschaft irgendwie in einer Art und Weise gestrickt ist, dass selbst wenn sie die Gesetze haben, gewisse Menschen doch nicht geschützt sind. Das scheint mir normal für die demokratische Politik, vor allem in den USA mit ihrem föderalen System, dank dem die Staaten unterschiedliche Gesetze haben können. Das Problem in einem Staat wie Iowa ist, dass die Demokraten nicht präsent sind. Er ist voll und ganz in der Hand der republikanischen Partei. In den USA kontrollieren die Republikaner zwei Drittel der Parlamente der Gliedstaaten und zwei Drittel der Gouverneursämter. In der Hälfte der Staaten kontrollieren sie beides. Wenn sie noch zwei Staaten dazugewinnen, können sie eine verfassungsgebende Versammlung einberufen. Das ist schwerwiegend. Macht mir das noch viel Hoffnung? Nein. Ich denke, das Einzige, was wir tun können, ist es zu versuchen. Aber es gibt noch mehr Hindernisse als die von Ihnen erwähnten. Es ist nicht nur die Identitätspolitik. Es ist auch das Internet, die globalisierte Wirtschaft. All das splittert unsere Gesellschaft, um mit Michel Houellebecq zu sprechen, in Elementarteilchen auf. Umso mehr müssen wir etwas finden, das wir tatsächlich gemeinsam haben. Und uns verbindet die Tatsache, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes sind. Nicht alle Menschen? Sie sagen, wir sind alle Bürger, aber wir teilen doch auch, dass wir alle Menschen sind. Das wäre sozusagen dann der globale Raum. Richtig. Aber die Menschen können sich nicht der Menschheit anschliessen und Dinge verändern, weil es dafür keine politische Struktur gibt. Dafür muss man beim Nationalstaat beginnen. Genau, da sind wir wieder zurück bei dieser Frage, wo es eigentlich das Ideal ist, der ideale Raum der Nationalstaat oder der globale Zusammenhang. Mich hat sehr interessiert auch Ihre Analyse, wie es eigentlich zu diesen Zuständen gekommen ist in den USA. Da legen Sie nämlich, finde ich, eine sehr interessante Überlegung vor. Sie sagen, es gab zwei Glaubenssysteme. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Es gab einerseits erst einmal den New Deal, also die ganze Roosevelt-Area, 1930er bis ungefähr 1970er Jahre mit der Bürgerrechtsbewegung und der Idee, Amerika fusst auf Respekt für alle, gleiche Aufstiegschancen und ein grosses Mass an Solidarität. Danach kam das Glaubenssystem von Ronald Reagan mit einem Minimalstaat und sehr, sehr viel Individualismus, auch das, was wir Neoliberalismus nennen. Und Ihre Analyse geht so weit, dass Sie sagen, eigentlich haben die Demokraten da versagt, weil sie denen nichts entgegenzusetzen haben. Sie haben die ganze Idee von Roosevelt aufgegeben, weil sie den Individualismus auch wollten. Und dann haben sie sozusagen das ganze Paket eingekauft. Warum ist das passiert? Warum konnte man diese Idee von Solidarität, was ein Stück weit ja auch immer die Gemeinschaft mitdenkt, nicht rüber retten und dann wirklich bei Clinton und Obama verdichten, sodass das jetzt die USA tragen würde? Es gibt mehrere Gründe, mindestens drei, warum sich die Amerikaner von Roosevelts Ideen abwandten. Zuerst einmal, weil vieles von dem, was er wollte, erreicht wurde. Viele Dinge, welche die Regierung in den 1960er und 70er Jahren tat, stellten sich als wirkungslos oder kontraproduktiv heraus. Jede politische Epoche oder Vision hat eine Halbwertszeit, wie Uranium. Sie wirkt nur eine gewisse Zeit. Ausserdem waren die USA soziologisch ein individualistischeres Land geworden. Weisse Bürger verliessen die ethnisch durchmischten Quartiere in den Städten, zogen in die Vorstädte und hatten weniger Kinder. Durch die sexuelle Revolution wurden Paare sexuell unabhängig, es gab mehr Scheidungen und alleinerziehende Mütter. Dadurch war viel vom früheren sozialen Kitt verschwunden. Wir können individualistischer leben. Wir müssen jedoch einen Weg finden, gewisse Dinge miteinander zu teilen. Der Reaganismus hingegen verstärkte diesen Individualismus politisch und wirtschaftlich. Und dann kam die Identitätspolitik, die den Individualismus im Sinne der persönlichen Identität stärken wollte. Seltsamerweise gingen Reaganismus und Identitätspolitik Hand in Hand. Roosevelt hatte eine politische Vision, Reagan eine antipolitische Vision. Warum ist das antipolitisch? Wegen der Ansicht, dass die Regierung uns nur Probleme mache, dass wir nur eine minimale Regierung bräuchten, dass die ideale Person die sei, die für nichts auf die Regierung angewiesen ist. Politik ist demnach suspekt und gefährlich. Die Identitätspolitik ihrerseits ist pseudopolitisch. Ihre Vertreter sagen, sie seien politisch, aber sie fokussieren nicht auf institutionelle Politik, sondern auf sich selber. Deshalb braucht es keine Rückkehr, die gibt es nie, wie ich in meinem anderen Buch ausführe. Da unsere Gesellschaft individualistischer geworden ist, müssen wir vielmehr einen Weg finden, unsere Gemeinsamkeiten zu entdecken und darauf aufzubauen, damit wir wieder eine politische Vision des amerikanischen Projekts haben. Denn Amerika ist ein Projekt. Und wie genau geschieht das? Sie sagen in Ihrem Buch ja auch, citizens are made, not born. Also Bürger müssen wir sozusagen herstellen oder machen oder befähigen. Wie machen wir das? Zuerst mit Hilfe von Bildung. Als ich zur Schule ging, wurden wir in Staatskunde unterrichtet. Sie lernten ja amerikanische Geschichte kennen und dieses Buch hier, die Verfassung. Das wird in den heutigen Schulen kaum noch gelehrt. Es gibt zwar Bürgerkundeunterricht, aber dabei geht es um sozialen Aktivismus, nicht um institutionelle Macht, die es jedoch braucht. Denn als die Generation der 1960er Jahre die Universitäten und Strassen verliess und die Neue Linke zusammenbrach, wurden ihre Vertreter Lehrer an Gymnasien und Schulen und brachten die Bewegungs- und Identitätspolitik dort ein. Wichtig ist, womit unsere Kinder heute aufwachsen. Es beginnt also bei der Erziehung. Wir brauchen zudem eine Führungsperson, die das verkörpert. Da es nicht vorhersehbar ist, wann so eine Persönlichkeit auftaucht, müssen wir eine Botschaft bereithalten. Und sobald diese Person auftaucht, kann sie zusammen mit der Botschaft ein Beispiel für die ganze Nation sein. Es ist interessant. Wenn Sie zurückgehen in die 1950er Jahre, sagten Kommentatoren damals über amerikanische Kinder, sie seien unpolitisch und einzig daran interessiert, vorwärts zu kommen und Geld zu verdienen. Und dann kommt John F. Kennedy und sagt den Satz, den sie erwähnt haben. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Dieser eine Satz elektrisierte eine ganze Generation. Das gibt mir Hoffnung. Es wird der Moment kommen, in dem etwas die jungen Menschen entfacht. Etwas, das sie nicht nur verstehen lässt, was unser Projekt ist, sondern auch, was ihre Pflichten sind und ihnen Verantwortungsgefühl für andere vermittelt. Jetzt, wenn wir zurückgehen zum Anfang des Gesprächs, dieser Satz, make America great again. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass sie Trumps Wahlspruch so nicht unterschreiben, aber vor allem auch seine Politik nicht unterschreiben. Aber man könnte ja sagen, ein Stück dessen, was sie beschreiben, möchte er ja auch. Er möchte auch ein starkes Amerika bauen. Inwiefern ist Ihre Vision anders als die Vision von Donald Trump? Zuerst einmal wäre es ein Land, das nicht auf Angst gründet, auf der Angst vor der Gegenwart und auch nicht auf Ressentiments. Anstatt Sündenböcke für die heutige Situation zu suchen, würde man hoffnungsvoll auf die Ressourcen fokussieren, die wir haben und die unser Land einen können. Ich sehe Trump als Übergangsfigur. Wie andere Präsidenten steht er zwischen zwei grossen Epochen. Aber Trump ist eine zutiefst reaktionäre Persönlichkeit, denn etwas haben alle reaktionären Menschen gemeinsam. Sie sehen den Bruch in der Geschichte als Werk einer kleinen Gruppe von Menschen. Und es sind immer dieselben. Professoren, Journalisten, Denker, Künstler, Lehrer, manchmal ganz allgemein die Juden. Trump hat diese Mentalität. Und da wir radikal konservative Medien haben, beginnend mit Fox News, ist es möglich, die Wut der Menschen innerhalb dieser Blase zu schüren. Sie ärgern sich über das, was sie als Intrige der liberalen Elite an den beiden Küsten empfinden. Und sie werden von ihrem Hass und ihren Ängsten anstatt von ihren Hoffnungen angetrieben. Die ganze Frage, wie es eigentlich weitergeht in den USA, die wird ja im nächsten Winter auch noch einmal richtig interessant, wenn die Midterm Elections sind, am 6. November. Und für mich ist interessant, dass ich den Eindruck habe, noch vor ein paar Monaten hatte man den Eindruck, das wird nie und nimmer so sein, dass der Kongress kippen könnte, also dass Trump die Mehrheit verlieren könnte. Plötzlich sieht es doch wieder ein Stück weit anders aus, das wechselt immer mal wieder. Aber insgesamt muss man doch klarerweise sagen, wir haben, glaube ich, Donald Trump gehörig unterschätzt. Die meisten in Europa dachten, dass er eine komplette Witzfigur sei. Es gab unglaublich viel Verballhornung in seiner Figur. Insgesamt muss man sagen, die Wirtschaft in den USA, die brummt. Und bevor man von den nächsten Wahlen spricht, muss man sagen, einerseits ist Trump ein äusserst unberechenbarer Mann, der von heute auf morgen etwas tun könnte, das ihn die Wahlen gewinnen oder verlieren lässt. Andererseits wird mehrfach gegen ihn ermittelt, was die Ausgangslage verändern könnte. Und dann gibt es noch etwas, das Sie angedeutet haben. Wir haben Trump unterschätzt, weil Wählerumfragen nicht mehr vorhersagen, wie die Leute dann tatsächlich wählen. Sie erzählen einem Interviewer etwas und tun dann das Gegenteil. Das muss man berücksichtigen. Es gibt gute und schlechte Vorzeichen. Gut ist, dass es mehr mögliche demokratische Präsidentschaftskandidaten gibt, als die demokratische Partei unterstützen kann. Es gibt inzwischen Organisationen, die Kandidaten instruieren, wie man einen Wahlkampf führt. Sie schicken ihnen Videos, die ihnen zeigen, wie man Geld beschafft und richtig einsetzt und wie man mit den Medien umgeht. Zudem sind viele Kandidaten Kriegsveteranen. Ich habe mit einigen gesprochen. Es gibt Irak- und Afghanistan-Veteranen, die zurückgekommen sind, die Demokraten sind. Wenn wir solche Demokraten haben, also nicht nur Hippies und Professoren, die eine gerechtere Gesellschaft aufbauen möchten, könnte uns das wirklich helfen. Die Kehrseite ist, dass sich alle darauf konzentrieren, Trump und den Trumpismus zu bekämpfen. Das funktioniert nur, solange Trump da ist. Das ist nicht von Dauer. Und worauf die Demokraten allergisch sind, ist langfristiges Nachdenken über ihre Botschaft, über das, wofür sie einstehen. Als ich das Buch schrieb, ging ich auf die Webseite der Republikanischen Partei. Man findet da eine Liste mit elf Prinzipien, für welche die Republikaner einstehen. Die Verfassung ist das erste, Immigration das letzte. Sehr klar. Auf der Webseite der Demokraten findet man nichts dergleichen, aber 17 Links zu verschiedenen Minderheitsgruppen. Die Demokraten müssen aufhören, sich als Vertreter von Minderheiten zu verstehen, sondern müssen über eine langfristige Botschaft nachdenken. Da sind wir wieder bei dieser Klientelpolitik, die Sie so kritisieren. Wagen Sie dennoch eine Prognose für den November? Nein, aus allen diesen Gründen ist es schwierig. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir in den Vorwahlen im November gut abschneiden würden. Aber das ist, weil wir niemanden gegen Trump aufstellen müssen. Im Jahr 2020 müssen sich die Demokraten genau überlegen, welche Person mit welcher Politik gegen Trump antreten wird, falls er wieder kandidieren wird. Gut möglich, dass Sie es vermasseln. Trumps ehemaliger Chefstrategie Steve Bannon gab ein Interview, weswegen er gefeuert wurde. Darin ging es unter anderem um Identitätspolitik. Er sagte, solange die Demokraten über Rasse und Identität sprechen, schlagen wir sie. Von diesen Themen können wir immer profitieren. Das Problem ist, die Demokraten haben Steve Bannon jeden Tag zugedient. Das muss aufhören. Wir müssen einen Kandidaten aufstellen mit einer grösseren Vision, dem es nicht um einzelne Gruppen geht, der es mit Trump aufnehmen kann. Etwas, was uns natürlich in Europa sehr beschäftigt und in der Schweiz auch diskutiert wird, ist die Frage, wie der Handelsstreit ausgehen wird. Und da hat ja Trump eine Marke gesetzt, könnte man jetzt neutral sagen, in dem er eigentlich Handelszölle jetzt erheben will, die gegen das WTO-Recht verstossen. Interessant daran, mal ganz unabhängig davon, was da die rechtliche Situation ist und wie man das einschätzen mag, interessant daran fand ich, dass ich mich erinnert fühlte an ein Gespräch mit Sarah Wagenknecht, der Abgeordneten der Linken, die als Linke gesagt hat, was wir wieder lernen müssen, ist einzusehen, dass die globale Wirtschaft eben dieses lokale Zugehörigkeitsgefühl untergräbt. Und wir müssen wieder mehr eigentlich Protektionismus einführen. Und das ist das, was jetzt eigentlich Donald Trump tut. Also etwas von dem auch, was Sie ja ein Stück weit vielleicht mitmeinen, wenn Sie sagen, wir müssen wieder den Nationalstaat stärken. Ja, genau. Bezüglich der Handelspolitik sind Donald Trump und Bernie Sanders gleiche Meinung. Es gibt eine linke und eine rechte Position im Kampf gegen die Globalisierung. Das ist interessant. Bernie Sanders unterstützt ihn da. Ja, das war eines der Dinge, die Bernie Sanders vorantrieb. Wir müssen die NAFTA loswerden. Wir müssen viele unserer Handelsvereinbarungen loswerden und sie neu verhandeln. Da sind sich die beiden einig. Unter anderem, weil niemand weiss, wie man sich gegenüber der wirtschaftlichen Globalisierung verhalten soll. Das müssen wir zuerst einmal zugeben. Niemand von der Rechten oder Linken weiss, was zu tun ist. Keiner hat einen geheimen Plan in der Tasche. Aber Politiker müssen Wahlen gewinnen, indem sie vorgeben, eine Lösung zu haben bezüglich der wirtschaftlichen Globalisierung. In so einer Situation kann man gewinnen, wenn man als unverantwortlicher Demagoge auftritt. Wäre Bernie Sanders gewählt worden, wären viele Dinge heute in unserem Land völlig anders. Aber ich denke, die Handelspolitik wäre dieselbe. Wenn ich auf unser Gespräch zurückblicke, möchte ich noch einmal zurückkommen auf Wellbeck und die Idee der Elementarteilchen. Das ist ein Buch, was Sie immer wieder zitieren. Ich glaube, der Begriff gefällt Ihnen sehr. Sie sagen, ein Problem ist, dass wir ein Stück weit in der, vielleicht kann man sagen, neoliberalen Welt, aber eben auch in der liberalen Welt Elementarteilchen geworden sind und die Gesellschaft oder mehr die Gemeinschaft ein Stück weit aus dem Blick verloren haben. Was könnten Sie vielleicht noch so als philosophische Idee, als Gegenprogramm anbieten? Richard Roche zum Beispiel taucht auch immer wieder auf, der amerikanische Philosoph, dessen kleines Büchlein Achieving Our Country jetzt auch nach der Wahl von Trump immer wieder zitiert worden ist. Und er liebäugelt ja so ein bisschen mit einem neuen Rumswelt-Patriotismus. Können Sie dazu noch ein paar Dinge sagen? Was ist Ihre persönliche Vision? In welche Richtung soll sich denn Amerika entwickeln? Ich glaube, es war Adam Mischnik, der nach dem Mauerfall, als Polen unabhängig wurde, sagte, im Kommunismus nahmen sie das wunderschöne Aquarium der polnischen Gesellschaft und machten daraus Fischsuppe. Unser Job ist es, aus der Fischsuppe wieder ein Aquarium zu machen. Das ist natürlich nicht möglich. Wenn man nur noch Einzelteilchen hat, ist es eine Fantasie, zu glauben, man könne daraus wieder ein Ganzes herstellen. Die Konservativen haben diesbezüglich recht. Soziale Bande kann man nicht bewusst bilden. Sie entwickeln sich. Man kann einzig versuchen, nichts zu tun, was die Bande zerstören könnte, die es bereits gibt. Aber ich denke, wir werden in einer Welt mit weniger starken sozialen Bindungen leben. Das ist eine Tatsache in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft. Doch in der Politik hat man die Möglichkeit, zu sagen, wie unterschiedlich wir auch sein mögen, weil wir als Bürger Dinge teilen, können wir uns für ein Projekt engagieren, dank dessen es uns in allen diesen Belangen besser geht, ohne dass man zum Beispiel gemeinsam essen oder sich oft treffen müsste. Oscar Wilde sagte, das Problem mit dem Sozialismus ist, dass er zu viele Abende fordert. Diese Art von Gesellschaft gibt es nicht mehr. Deshalb müssen wir unsere Gesellschaft anpassen, aber die politische Vision eines Bürgerbewusstseins in Nationalstaaten haben, denn dann haben wir die grösste Chance, die Menschen zusammenzubringen. Das ist eigentlich wieder ein bisschen die Idee des Verfassungspatriotismus von Habermas, den Sie erwähnt haben. Und viele sagen ja, das ist eine sehr kalte, technokratische Idee, aber vielleicht teilen wir beide das, dass mich das eigentlich immer auch überzeugt hat, die vernünftige Einsicht darin, dass man mit einem Handschlag oder mit einer Verfassung gemeinsam entscheiden kann, wie wollen wir zusammenleben und welche Aufstiegschancen sollen alle haben, welche Rechte sollen alle haben, das ist ja schon mal eigentlich nicht schlecht, sich darauf einigen zu können. Ja, aber ich glaube nicht, dass es auf Vernunft basiert, wie Sie oder Habermas vorschlagen. Wir müssen verstehen, was für Wesen wir sind. Zuerst einmal gibt es sehr viele unvernünftige, überlastete und ungebildete Menschen. Wie kann man mit ihnen einen Nationalstaat bilden? Anhand von Symbolen, mittels Rhetorik und indem man über die Geschichte spricht. Dabei darf man vor allem nicht nur auf negative Geschehnisse verweisen. Man muss von positiven Ereignissen berichten, auf welche die Leute stolz sein können und die sie zusammenschweissen. Man muss die ganze Seele, nicht nur den Verstand einbeziehen, was Habermas verdächtig fand. Und man muss mit Grenzen leben können. Aber wenn die Fahne gehisst wird, sollen die Menschen in den USA etwas empfinden. Deshalb gibt es heute diese Kontroversen wegen Sportstars, die sich beim Erklingen der Nationalhymne nicht erheben. Wir haben die Tradition, dass vor allen Sportanlässen die Nationalhymne gespielt wird. Und da gibt es Sportstars, die auf die Knie gehen, um für alle möglichen Anliegen zu demonstrieren, wie etwa Black Lives Matter. Aber die Menschen sollen fühlen, das sind wir, egal wie wir aussehen oder woher unsere Familien stammen. Wir werden nicht nur durch unsere Verfassung zusammengehalten, die diese Fahne repräsentiert, sondern auch durch Menschen, die für diese Fahne gestorben sind oder jeden Tag ihres Lebens für den Dienst an diesem Land opfern. Die Einsicht, das sind wir, braucht also vielleicht Vernunft, es braucht Emotionen, es braucht Geschichten und vielleicht auch eine gemeinsame Kultur der Erinnerung. All das. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Nächste Woche wird hier didaktisch, natürlich mit einem Schuss Philosophie. Yves Bossard fragt die Philosophin Ina Schmidt, wie wir gute Freunde werden können, für andere und für uns selbst. Und jetzt gleich geht es um einen Musiker, der das beinahe Unmögliche geschafft hat, nämlich mit Jazz Hallen zu füllen wie ein Popstar. S. Björn Svensson war ein Phänomen, aber sehen Sie selbst. Eine gute Zeit, bis bald. Und jetzt geht es um eine gute Zeit. W C-J-L-E-O-N-G-P-A-C-O-N-G-A-N-G-A-N-N-G-A-D. Vielen Dank.